Episodenspiel. Achso. Let's go. Ey sag mal, wie hielt hier die Siene? Strähne voll auf den Sack. Natürlich geht's jetzt weiter. Ich geh nicht dran. Wer auch da immer dran ist, ich geh nicht dran. Okay, ich geh dran. Ich geh nicht dran. Ich geh nicht dran. Das ist ein guter Song. Ich geh nicht dran. Ich geh nicht dran. Oh, es regnet. Kleinen Moment mal. Ich bin so großartig, nachdem ich aufstehen alle Nacht. Ich könnte meine Rewindern nutzen, um ein paar Zs zu holen, aber vielleicht besser ich meine Kraft schaffe. Ich bin so großartig, ich bin so großartig, ich bin so großartig. In der Gemeinschaftsdusche? Nein, das kennen wir schon. Ich bin so großartig, dass ich meine Kraft schaffe. Ich bin so großartig, ich bin so großartig, aber ich sollte nicht auf Victorias Bully-Level sinken. Was denn ist da bloß das Foto vom letzten Bukake treffen? Alles gut. Warte, wir haben doch gerade das Handy in der Hand. Verwirrend, aber egal. Ich bin so großartig, nicht ein Rebel. Ich möchte mein Bett immer so nett und knackig sein. Danke, Mom. Guck kurz mal kurz auf die FPS. Sieht so komisch nach. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, reicht doch. Na gut, dann gehen wir mal in die Dusche. Courtney, seriously, do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I'm so on it. Consider it done. Ow! Da hat er mal Werten ist gerade geworfen. Alyssa, can you stand over there? Um, okay, Max, if that makes you happy. Wow, now that was close. Thank you, Max. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Hero und so. Oh, hey, Kate. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Yeah, Lerda. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize, Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Konsequenzen ist so ein fieses deutsches Wort. Ich finde, das geht. Man hat halt einmal dieses kräftige K, aber sonst so Konsequenzen. So easy, das geht so einfach so runter. Let's take a shower. Let's go. Hmm, yeah. What's up, Kate? School. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my God, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. Hmm. Hey, du hast da noch Sperma an der Wange. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yuck. I still have goddamn paint all over my face. Max Selfie thought she was a badass taking that picture. I should have beat her down. That was so uncool. She's jealous because Mark, Mr. Jefferson, knows I'm going to win the Everyday Heroes Contest. He thinks Max is a joke. Hmm. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that. I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Ugh. I better get dressed than go give back Kate's book. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Ja, verdammte Scheiße. Ja, mit Kate. Ein dämniger Nathan, das gleiche wie mit Chloe gemacht hat. Hallo, Wasser! Sorry, ich habe es vergessen. Wait. War noch jemand? Äh. Ich will aber nochmal. Scheiße. Oops. Ich habe es vergessen, was die Wasserpressung. Huh. Aber kann ich da jetzt nicht nochmal so... Och, schade. Mann, ey. Gut, dann gehen wir halt... Oh, wow. Oh. Ugh. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up? After I find Kate's book. Ugh. Ta-da. I do love a clean room. Very zen. Except for that bullshit graffiti. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. No book here. Oh, of course she just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Begone, foul soft drink. So, jetzt aber. Aha, you sneaky book. You're mine. Hm. Sollte ich die Pflanze jetzt nochmal gießen? Hm. Na, komm. Drink up. It's got electrolytes. Okay. No smiling. Take your power seriously. Mhm. I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? That's the only tourist pick. That was a good hockey man. Christy and Fernando were so drunk hanging on the Fremont troll. Aber hey, sie waren nicht im Tagebuch. Gut. Schön. Dann bringen wir doch mal. Ne, wir ziehen uns das dann. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Hmm. Unbekannte Nummer. Das ist so bestimmt die Bitch. Achso. Ja, wir haben Nathan. Oh, shit. Jetzt, ich kriege anonymische Gefangenen. Das niemals enden. Das muss sein, von Nathan. Aber es könnte sein, von jemandem. Kate? Du in da? Ja, ich bin da. Komm in, Mats. Hm. Ja, du kleine Pups-Nase. Hey, Kate. Ich bringe dein Buch. Max, warum hast du in zwischen David und mir gestern? Hey. Ich hatte keine Wahl. David Madsen ist ein Scheiße. Du hast die Wahl, nicht zu beherren. Keine Ahnung hier, scheint zu interessieren. Keine Ahnung, ich bin echt interessiert. Also, was ist die Geschichte mit dir und David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Ja, right. What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. I won't either. Thank you, Max. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but... Tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party. And ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine. And then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video. Okay? Did somebody drug you? I remember... I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Wir brauchen halt wirklich mehr proof. Die Cops, die werden halt einen Scheiß machen. Gerade wenn es dieses reiche Söhnchen beinhaltet. Oder die ganze Familie. Ich hasse dieses Spiel. Kate's Art ist perfekt für ein Kinderbuch. Alles sieht so lustig und kaltig. Das sind viele Tehrungen. Sie wird durch die Boxen gehen. Ich habe gerade kurz Angst gehabt, dass sich das Ding so erschreckt und stirbt. Das ist der kürzeste Bunny ever. Ich hoffe, Kate ist eine gute Mutter. Das ist der kürzeste Bunny. Sie hat sich nicht mehr verletzt. Sie hat sich nicht mehr verletzt. Ich habe fast vergessen, was Kate sieht, wenn sie schüttelt. Wenn wir jetzt zu den Cops gehen, dann haben wir halt nichts gegen den. Das ist halt scheiße. Kannst du mich grad overtrauen. Weil sie es selbst nicht mehr angucken kann. I need emojis. Hey, girls, was geht? Das ist so damn cute, wie viel Dana ist in dieser Hallowe'n Party. Mhm. Ja, das ist so, dass wir unsere Gesichter sehen. Also, du musst mit uns gehen. Bist du eine meiner Outfitze und kommst dir als ein Geek-Couple mit deinem Frau Warren. Ich bin nicht großartig auf Cosplay. Keine Ahnung, Max. Also, kommst du zur Party oder nicht? Warum nicht nicht? Wenn ich es liebte, kann ich immer wieder zurück in meine Wohnung. Das ist das Geheimnis, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Yay. Party. Come on, Blackwell. Who will survive and what will be left of them? Mhm. Boring. Letter. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Hey, Brooke. Oh, du willst reden? Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Um, since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Hey, Samuel. Hey, Samuel. Hey, Samuel. You're a Burling. Oh. Hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Wie, of course you will. I have a game, man. La la la. Yo. Snowback. Hey, bitch. Hey, Taylor. Hi, Taylor. Why would you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy, too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends, too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. You're welcome, man will start a look and look serious. Come on. But we're not coming back. Mm, wow, I got it. Super, it's, good. Bye, bye. Nice, bye, bye, bye. Mew. Oh, interessant. Süß, dass der Vater einem schreibt. Max, komm hier! Ja, das war gut. Ich bin ein Bully, und es war großartig. Selbst wenn du mich mit dem Bully verlangst und mit dem Mädchen weggegangen bist, ist sie ziemlich punk-rock. Wie kennst du sie? Ich bin ein Freund, Chloe Price. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich werde dir die Geschichte später geben. Prinz. Welles hat sich das jetzt beurteilt. Ich hoffe. Wir hörten die ganze Woche. Wie der Bizarre Schneefall gestern. Er spricht von Dystopia. Das Drive-In ist eine 70er-Planet-of-the-Apes-Marathon. Lass uns Ape! Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich liebe diese alten Ape Filme. Ja, das war leichter, als ich dachte. Cool. Ich versuche dir die Info. Ja, ja, ja. Den Bus nehmen. Wir treffen uns jetzt mit Chloe. David sprechen zu Nathan kann nicht gut sein. Das hat etwas zu tun mit Kate. Oder Rachel. Ja, wenn wir doch jetzt mal reingehen können. hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das geht dicht ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das stimmt. Das ist eine rechte Reihe. Das verfolgt einen. Das ist eine rechte Reihe. 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 Ja, weil ihr die ganzen Meere überfischt habt, ihr Vollidioten. Ist doch klar. Ach, die Prescots. Ach, die Prescots. Das ist eine rechte Reihe. 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 Und da ist sie. Das ist eine rechte Reihe. 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 Aber Chloe schützt David, und das ist nicht fair. Er hat seine Schuld in einer Krieg. Er hat sich über sie verraten. Er hat sich über sie, mit allen den Studenten an Blackwell. Ich habe ihn mit Kate gesprochen. Ich dachte, du wirst wissen, warum. Schön, Nancy Drew. Aber neben dir ist nur ein Student, den ich überrascht bin. Und sie ist nicht mehr in der Schule. Also, jetzt geht's jetzt zum Niddy Gritty. Was willst du essen? Ähm. Erst X, dann B. Oder erst B, dann X. Oder beides? Oh, das geht aber. Weg für den Bacon 3 da. Uh. Eine Sau da. Einfach 1,50. Hier würde ich auch essen gehen. Geil. Oh, hör mal schon. Oh, hör mal schon. Jetzt. Nerd Graffiti. Warren muss hier sein. Das Licht aussehen wohl so mysteriös. Ich komm, wie ich hier in dieser Moment noch mal. Ich weiß, dass ich jetzt tatsächlich kann. Aber dann würde ich nicht ein Moment sein. Slurp it down, girl. Oh, yeah. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Here, you'll love this. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, ah. Speak of the devil. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. Are you a toning for yesterday? Oh, God, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl, woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. XFB. Mm-mm. Benny. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Yeah, that's is a classic. That's a baby. Baby, 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 baby. I think that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any explanation. Ja, das war ja einfach. Danke. Ach du scheiße, ernsthaft jetzt? Ich muss mir auch noch Dinge merken. Das ist eine Warnung Ticket. Okay. Na, kommt schon. Ich habe die Zigarette nicht gezählt, das waren aber 13. 13 Zigaretten. Warum habe ich zu viel, um 13 Zigaretten zu haben? Okay, psychische Frau, lass mir euch zeigen, was in meinen Pocken ist. Warte. Mir war so, als ob es 13 wären. Okay, warte kurz. Sind das 7? 7. Epic Fail. Ja. 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 Ja, ich bin ein Ticket. Aber wie viele Zigaretten? 7 Zigaretten. Eine Superpower, die dir die Zigaretten zu haben. Cool. Wahnsinn. Andere in meiner Pocken? Deine Fahrzeuge. Strafzettel? Okay, psychische Mädchen. Lass mich euch zeigen, was in meinen Händen ist. Das war über ein epic Fehler. Du hast mir sogar gefreut, was in meinen Händen ist. Uhrzeit. Okay, Max. Studie alle Dinge vorsichtig und nicht vergessen. 10.34. So, das ist mir zu sagen, was in deinen Händen ist. Okay, Max, ich bin schon bereit. Ich bin ziemlich sicher, dass du mit Cigaretten hast. Ja, ich bin ein Schmerz. Aber wie viele Cigaretten? 7 Cigaretten. Superpower, die dich an die Cigaretten hat. Cool. Oh. Amazing. Was noch in meinen Händen? Deine Autos. Duh, zu einfach. Ich brauche Details. Deskribe meine Keychain. Eine Keychain-robot-panda-Keychain. Nicht schlecht, Supermax. Du hast das irische Glück, Caulfield. Was noch? Ein Parking-Ticket. Du kennst mich gut. Aber, was ist die exaktere Zeit, wo ich verabschiede? 10.34 Uhr. Booyah, Max kann die Zeit sagen. Auch wenn ein gebrochenes Klochen ist gleich zweit am Tag. Was das heißt? Oh Gott. Was willst du über das Geld wissen? Ein bisschen Geld. Wahrscheinlich bin ich rich als fuck. Wie viel habe ich? 25 Cent ist zu wenig. Ich glaube 82 Cent. Ich wünschte. Okay, psychische Frau. Lass mich euch zeigen, was in meinen Händen ist. Eine Krise, ey. Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Das war außerhalb von Epic-Fail. Du hast mir sogar gefreut, dass ich dich glauben wollte. Okay, Max. Studiere alle Etwas klar und nicht vergessen. Okay. Gut. Ne, warte. Halt, stopp. 1, 2, 3, 4, 5. Also, wir haben hier schonmal 6. Was ist das? Das sind 11. Ein Quarter Dollar sind 25, ne? Was? Was? Gott ey, die USA sind so kacke. Also hat sie... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Absolut nicht viel Geld. Warte mal. Warte, also 25. Sind 75. Hä, das kommt doch auch nicht hin. Warte. Wir schaffen das. Ja. Ich kann nicht schnell zurück. Ich kann nicht. Hallo. Jetzt geht's. So, this is me telling you, what's inside your pockets. Okay, Max. I'm hell already. Geld. Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? Die hat nicht nur 25 Cent. 86 Cent. That's right. Live in large in Arcadia Bay. So, that was cool. Show me more. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Seven cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. A cute robot panda keychain. Not bad, Supermax. You do have that Irish luck call field. What else? A parking ticket. You know me well. But, what is the exact time I was busted? 10.34 a.m. Booyah! Max can tell time! Amazeballs! I've literally just got chills all over my neck. A maze board? A maze board? You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler, so I will believe you without any doubt. Mm-hmm. I will predict the future. No way. Now, pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I'm gonna take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Okay. Zerbrochener Cup. Zwei Typen, die sich die ganzen... Ja, dumm an machen. Der Fernseher ist gerade laut geworden. Let's go. Let's go. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. The Joker lässt sich äh... The Joker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Mm-hmm. The cop gets an emergency alert on his radio and he quickly exits the diner. Well, let's just see how this goes down. Schlägt sie. What the fuck? Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Nein? Ich hab da gar keine Kakerlake gesehen. Ich hab das mit dem Partner falsch predicted. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Ai, ai, ai. Okay. The Joker drops his mug and Joyce rips him a new one. Genau. So, what happens next? Und sein Partner fährt davon? The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. The jukebox goes crazy as the trucker tries to play a new song. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Let's see if everything happens. Let's see if everything happens. Oops. Did you break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? Das ist so cool. Das ist ein sader Tag in Maxfeld. Was hast du für dich erwartet? Hä? Jetzt, fahre auf alles, was in den nächsten paar Momenten passiert ist, damit du mit deiner verrückten Kraft wirst. Warte. Das ist mit der Kakerlake was falsch. Och. Ich werde 4 Äventen prädiken, die in den nächsten 30 Sekunden passieren werden. Lach. Der Kakerlake, und Joyce rippt ihn ein neues. Also, was passiert dann? Der Kakerlake eine Anmerkennung auf dem Radio, und seine Partner in der Auto bleibt ohne ihn. Also, wir sehen uns, wie es geht. Justin und Trevor kämpf sind, und Joyce verbreitet es. Das ist gut. Ich kann nicht warten, was passiert. Die Jukbox geht verrückt, als ein Flugzeug auf dem. Bezirrt, Max. Aber, wir sehen uns, ob alles passiert, wie du sagst. Ich hab mir das mit der Kakerlake nicht gemerkt. Ups. Wie drehen sich denn bitte gerade die Räder? Ja. Der kommt aber nicht weit. Hä? Hä? Da, ich werde mich hierherleden. Drei ein Haltes Winter und die Zug bei dir machen. Das ist nicht dein Haltes Winter. Der hat mich, wie ein Haltes Winter geträngt. Drei, woher hier? Hey, wo ist mein Partner? Der fährt da gerade, haben wir geprägt. Das haben wir auch gemacht. Da kommt die scheiß Kakerlake. Oh, warte. Ich bin doof. Ich bin richtig doof. Ich hab, ähm... Klappe. Ich hab das mit der Kakerlake gar nicht als Auswahl benutzt. So, wir haben das mit der Tasse. Der Kakerlakel seinen Kakerlakel und Joyce hat ihn einen neuen. Also, was passiert nächstes? Der Kakerlakel hat eine emergency alerte auf seinem Radio und sein Partner in der Auto lebt ohne ihn. Na, schauen wir, wie das geht. Justin und Trevor kämpfen, und Joyce hat es abgeholt. Das wird gut. Ich kann nicht warten, was passiert. Der Kakerlakel geht verrückt, als ein Kakerlakel da. Falsch übersetzt, Max. Aber schauen wir, ob alles passiert, wie du gesagt hast. Ups! Hast du noch einen Kakerlakel? Oh, wirklich? Keine Rückholung für dich. Shhh! Jetzt muss ich diesen Kakerlakel weg. Hey, woher mein Partner ist? Du hast ihn geholfen. Aber er muss auf den Kakerlakel gehen. Du bist ein Kakerlakel. Don't slap me, bitch! Take your Fight Club outside! He's started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy! The best toy ever! You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened! Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane! We have to play! I don't have time. You did not just say that. Uh, check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. Hmm. You need a sidekick, to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's game. Hey, there's noch Essen! Tschüssi! Oh, I have to talk with you. Okay, Supergirl. Let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and what we do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail! It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in five years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with, too. Hey, Kate. What's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise, Kate. I won't forget. I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Okay. Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please. Go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. Ja, Kate braucht halt echt Hilfe, man. Die ist alleine. Die ist alleine. Die ist alleine. Diese scheiß Schule. Ja, da war Kate einfach wichtiger. Sieht toll da aus. Ich glaub ja nicht. Go ahead. Hmm. objectiv That depends on you and how well you do in this phase of the test. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, du kennst du wie großartig das ist? Ich bekomme meine beste Freundin zurück, und sie ist auch super-sized. Wir wissen nicht wie lange. Genau, warum ist es Zeit, um Spaß zu machen. David vielleicht ein Blut, aber du hast ihn verletzt. Ist jeder in Arcadia Bay jetzt? Nur diejenigen, die nicht sein müssen. Wie Stepp Dildo. Bis jetzt. Ich bin noch nicht in der Revolution, Che. Okay. Du bist die Revolution, Max. Also müssen wir herausfinden, wie besser benutzen und Abuse deine Macht mit einem Test. Drink? Yuck. Du bist so schön. Du hast nicht ein bisschen verändert. Okay, lasst uns das. Kannst du fünf bottles finden, während ich die Schraubung habe? Okay. Bier und Beine. Ein guter Kombi. Du kannst es. Jetzt, wir uns fünf bottles finden, bitte. Okay. Oha. Und Schrotflinten mäßig. Hier liegt so ziemlich alles rum. What the fuck? Oh so, das ist ein Flugzeug. Hm. Okay. Hm. Oh, cool. Du, 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 du. Nummer eins. Hallo, Bottle Nummer eins. Vier mehr zu gehen. Wir machen es einfach mal. Ach, schön hier. Wir machen es uns bequem. Ich weiß nicht. Ich weiß, warum Chloe hier steht. Ich weiß, warum Chloe hier steht. Sie ist ein Steampunk. Es ist eigentlich so, wie Chloe und unsere Kinder wieder. Wir schiiten uns und plodieren unsere Zukunft. Gut. Suchen wir mal weiter. Nummer zwei. Oh, gross. So disturbing to see old syringes on the ground. Oh, hey. Doch das wäre gerade kurz ein Bug gewesen mit dem Schmetterling, aber... Da kommt nichts wieder. So, was haben wir hier? Haben wir hier noch ein Fläschchen? Na, okay. Schauen wir nochmal hier rein. Holy shit. Hattet ihr Freundschafts... Hattet ihr Freundschaftsarmbänder? Ich kann nicht sehen, dass Chloe mit Make-up spielen kann. Rachel-Songes... Ich wundere mich, ob Chloe mir eine Mix-Tape machen würde. Klar! Schatzi! Selbstgemacht oder gekauft? Sie waren wirklich Bestie. Das könnte ich als Rachel gewesen sein. Sehr schön. Aus Stoff oder diesem Plastik-Schnell. Oh. 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 Ja, es geht doch bestimmt wieder um Nathan. Ja, Nathan müssen wir töten. Ja, ist Stoff, okay, cool. So richtig geflochten. Drei runter, zwei mehr zu gehen. Autsch. I want to die. Jeez. Who wrote this? Ich konnte es auch nie so gut. Diese Flieger wurde sofort, bevor sie erscheint. Jetzt sind wir offiziell ein Trio. Wir müssen nur Rachel finden. Irgendwann waren die voll eklig. Okay, aber die kann man noch waschen. Oh, mein kleiner Kevin. So, äh... This is the scariest thing here. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Viele. Oh, hier haben wir noch eine. One more bottle to go. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. I wonder if she looks at all these. Wow, Sir. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. That dough is the perfect photo-op. This was an old school punk shirt. Cool. Ich komme gleich, Reh. Geht gleich los. Hier ist nichts. Okay. Hey, Rainier. Hey, Rainier. Hm. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay. Na nu. Beyond repair. Rest in peace. Rest in peace. Die ist doch noch gut. Was haben wir hier? Ein Boot. Das reicht. Ich weiß nicht, wer das ehrt und wo sie jetzt sind. Oh, ein Flaschchen brauchen wir noch. Hm. Nicht. Nicht. Ja, oder wir nehmen einfach die, wenn die leer ist. No way. I totally remember going there when I was a kid. I loved the Hushpuppies. Now the sign is just Arcadia. I don't want to go that way. Halt, stop. Dann dreh doch um. Hm. Ich dachte, das geht noch ein bisschen weiter in der Szene. Ist hier vielleicht hinten auf dem Auto was? Nö. Hm. Ha. Na, aber wenn die runter... Ah. Ha, 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 ha. Na dann mal los. Voila. Ja. Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. So, bis... Jetzt geh ich aber erstmal schnell auf die Toilette. Kate hat geschrieben. Gleich wieder da. Und so, bis... Ah, ha. Halt... 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 Und... Und... Ich hab noch nicht sicher. Halt... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, weiter geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schade. Uh-oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin alles über Robotics, nicht Chemistik. Gib mir einen Drone über einen Beaker. Wie war dein Drone? Frau Grant hat mich über die Parking-Lot gefahren. Sie ist alles über die Verbrechung, wie ich auf Warren's neue Auto spiege. Du hast ihn bereits ein GPS auf? Ich habe das, was er auf dich hat. Ich liebe es, aber... Ich lasse mich in deinem Weg. So lange. Okay. Tschüssi. Miss Grant. Tut mir leid, bitte stechen sie mich nicht ab. Tschüssi. Wir sehen uns. Oh. So, du kannst mir nicht helfen? Ich versuche. Aber du musst meine Position verstehen. Hey. Kate. Kate. Stopp. Hey, ich bin's. Hallo. Ich laufe dir jetzt hinterher. Ist mir doch egal. Na, verdammt! Ich bin zu schwach. Verdammte Scheiße! Na! 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 Wop, 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 wop. Wop, 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 wop. Mann, fetter Beat, Junge. Ja, das habe ich auch immer gemacht. Bis man mir mein Phone geklaut hat. Schule ist doch was Schönes. Nö, für jetzt deine Aufmerksamkeit. Hm, Arschloch. Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. I stepped in between David Madsen, barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? For one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she does protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Uh, hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Sure, okay. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Mm-hmm. Okay. I'll do that. Oh, I know. That makes sense. Huh? Mm-mm. Seriously, I have to hang up now. Let's talk about this later. We'll talk later, okay? I have to go. Because I can't have this conversation with you right now, okay? Would you please just hang up the phone? Okay. Mm-hmm. Huh? Yes. Hmm? Uh-huh. Sure, okay. Listen, I do have a class I have to teach. I have to go. Verdammt. Ich hab gedacht, wir können irgendwas rausfinden. Mm-hmm. Okay. I'll do that. Make me beautiful, Hayden. Vogue. 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 Dana, you are out of control. Turn down. Then right. Show me the love. How do I look, Taylor? You look like a man. Shh. Not now, Max. I'm contemplating shit. Alyssa really lives for her classes. Hmm. Dana. Dana. Dana is ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Okay. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying fuck. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. And paparazzi. I want that photo whore or I get nasty. Too late. Oh, burn. Max is so fearless when she has backup. Right. Can I sit at my table now? Don't get cocky. This isn't over. In fact, shit's just starting, Max. Assholes. Okay, why is David taking photos of Kate? Now, this is so wrong and weird. Um. What up, Max? Hey, Warren. It's a stupid. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay. I know you love me. But if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today. And so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. She, I've got nothing to do. Usually, people need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of them. In the end. We can only blame ourselves for participating. Oh, wie geil. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of phototips. There are a few souls here who have yet to winter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiro-Skiro. I guess Kate will miss class now. I'm worried about her. ...photography, such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in manga. Yo! Some crazy shit is going down at the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remains seated. Dismissed. Hm. Was geht jetzt ab? Oh, ich hoffe... Bitte nicht. Is this for real? It slipped out. I didn't think she was that messed up. Oh, bitte nis. Who is that up there? Bitte spring nis. She can't die. She can't. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. A-ah-ah. I won't be able to do that again. No... A-ah. I may be able to do that again. Don't you go back. I won't be able to do that again. I won't be able to do that again. Du kannst es nicht tun. Du kannst es nicht tun. Du kannst es nicht tun. Was machst du hier, Max? Stop! Nicht nach mir! Nicht jetzt. Es wird nicht funktionieren. Ich habe keine Macht. Jetzt muss ich das selber machen? Max, wirklich, nicht nach mir! Ich werde aufbauen! Okay, okay. Ich bin hier. Kate, bitte. Oh, Max. Ich weiß, du willst mir helfen. Du kannst mir helfen. Ich liebe dich, du bist zu David. Aber es ist nicht wichtig. Nichts wichtig. Du bist wichtig. Und nicht nur für mich. Ich möchte das glauben. Kate! Du bist noch dein Leben. Und wir können das durchführen zusammen. Lass mich helfen. Ich bin froh, dass du mich überrasst. Das macht mich besser. Das macht mich besser. Ich werde immer hier für dich, Kate. Mein neues Motto ist, Freunde kommen zuerst. Ich fühlte mich besser mit dir auf dem Telefon. Ich fühle mich immer, wie du wirklich hörst. Kate, bitte信 mir auf mich. Komm, stand bei mir, okay? Ich kann dich jetzt helfen. Ich weiß, ich kann. Ich bin froh, wenn ich mich nicht helfen kann. Ich habe das Video geschrieben. Ich habe das Video geschrieben. Es war geschrieben. Das ist deine Geschichte jetzt. Wie kann ich dich glauben? Was ist das heute Morgen, wenn ich Hilfe brauchte? Du hast mir nichts gesagt. Kate, ich stelle die Wahrheit, dass Nathan Prescott dich verabschiedet hat. Und du bist nicht die einzigartige. Du musst mir helfen. Nathan Prescott? Das macht Sinn. Er ist ein Schmerz. Du hast jetzt die Wahrheit? Dann schnell. Dann direkt nach die Polizei. Du denkst dir, wie wir die Blackwell verabschieden sind. Du hast meine Beine, Max. Das ist das erste Mal, dass ich mich in eine Woche fühle. Gut. Wir alle müssen uns die Beine. Also, ich möchte, dass du mit mir jetzt kommen kannst. Bitte. Du musst das nicht machen. Max, ich bin ein Schmerz und ich kann mich nicht wundern. Unless ich mich zum Schmerz. Und dann, dass ich mich im Schmerz. alle bei Blackwell kann Bilder von meinem Körper. Ich bin auf der Internet für immer. Kein Wunder, sie nennen es eine Webe. Nichts kann überhaupt nicht rauskommen. Wie mein Video. Ich wünsche, dass ich wieder zurück in Zeit und alles verabschiede. Kate, das ist unsere Chance zu verabschiedern. Das ist die einzige Chance, dass wir gegen sie gewinnen können. Wir können wirklich, Max? Ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht. Du bist ein Teil der Grund, warum. Wenn du mit mir kommst, dann kann ich dir mehr erzählen. Du bist so eine gute Person, Max. Auch wenn du mit dem Schmerz. Aber ich komme mit dir. Du bist mein Freund. Und... ... ... ... Wait, I saw that card from your father. You can count on him. He clearly loves you without question. Dad does care, even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. Come, Sean. Come here. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Now, I know today was difficult for everybody. But I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah. Real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. All I know is that Kate was at a party, and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her, and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident, and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video, and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. No. It's okay. It's okay. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Da hätte ich jetzt nichts zurückgenommen oder anders gemacht. Okay. We'll be right back. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020